Schönen guten Tag Leute, willkommen im Tigerentenclub. Wir nehmen euch heute mit in den Dschungel, denn es geht um Wüstenelefanten, es geht um Geparden und Orang-Utans, es geht um bedrohte Tiere, denn leider sind viele Tiere bei uns auf dem Planeten vom Aussterben bedroht. Und wir als Menschen haben was damit zu tun. Was das ist, das besprechen wir heute mit Artenschützerin und Tierärztin Hanna. Wir beantworten alle eure Fragen und das Coole ist, ihr könnt natürlich mitspielen mit der Kika-Quiz-App mit den Tigerenten und den Fröschen. Und ihr könnt mit ein bisschen Glück Hannas Buch gewinnen und auch diese kleine Glückstigerente. Und jetzt geht's los mit dem Duell Tigerenten gegen Frösche. Tigerenten-Club mit Günther Kastenfrosch, Club-DJ Max und hier ist für euch Laura. Hallöchen Leute, willkommen zum Tigerenten-Club und Achtung, heute kommen die Hessen. Das Duell 6B gegen 6B, beide Teams kommen aus Hessen. Es ist höchste Konzentration gefragt, ein gutes Auge und natürlich Kampfgeist, denn der goldene Pokal will schließlich gewonnen werden. Die Frösche kommen von der Oswald von Nell-Bräuning-Schule aus Rödermark. Wir sehen Laura, Charlotte und Alessia. Hallöchen. Herzlich willkommen in dem Tigerenten-Club und ihr habt eure Klasse dabei. Die 6B-Leute, macht mal Lärm. Ich bin mir sicher, die Tigerenten können ganz genauso laut schreien. Sie kommen von der Friedrich-Fröbel-Schule aus Vierenheim. Hier sind Marlena, Marcel und Matthias. Hallo, ihr drei, auch an euch ein herzliches Hallo. Und die 6B aus Vierenheim, die macht auch immer richtig Krach. Also Stimmung ist da, Leute. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr denn eigentlich schon die KiKA-Quiz-App? Wenn nicht, dann ladet sie euch jetzt noch schnell runter. Dann könnt ihr nämlich live mitspielen beim Wiss-Quiz, beim Frosch-Hüpfen und immer tippen, welche unserer Teams die Notbremsen gewinnen. Und dann würde ich sagen, geht es los mit dem ersten Spiel, dem Team-Check. Wir spielen Domino. Ihr seht schon hinten aufgebaut, Dominosteine. Die müssen alle verbaut werden. Und zwar so nacheinander, dass wenn ihr dann den ersten Stein anstoßt, der letzte Feld und Konfetti auslöst. Bei welchem Team das zuerst funktioniert, gewinnt die Notbremse. Klar soweit? Dann geht es los. In 3, 2, 1, go! Ich muss aus dem Weg. Schnell wieder auffauen, schnell wieder auffauen. Das kann natürlich passieren. Die Tigerenten und die Frösche sind gleich auf, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Jetzt nur kein Seeler mehr machen. Achtung, 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 Achtung! Ah, schnell, schnell wieder auffauen. Ah, das sind nur was für die Tigerenten. Aber... Oh, nein, das ist ja unglaublich. Schnell wieder die Steine aufbauen. Was ein Krimi. Was ein Krimi. Was ein Krimi. Ah, alle Steine müssen stehen. Alle Steine müssen stehen. Ja, ihr seht es schon. Die Frösche holen sich die erste Notbremse. Also ein absoluter Krimi im ersten Spiel. Domino, erst fallen die Steine von den Tigerenten um, dann nochmal von den Fröschen, dann nochmal von den Tigerenten. Aber am Ende schaffen es die Frösche, nochmal schneller alle Steine aufzubauen und gewinnen die erste Notbremse. Ja, im Tigerenten-Club geht es zwar um Spiel, viel Spaß und ganz viele Notbremsen, aber auch um den guten Zweck. Und zwar unterstützen wir Kinderhilfsprojekte des SWR und SR Herzenssache. Es wird um 400 Euro gespielt und es wird um 600 Euro gespielt. Und Herr Wald, welches Projekt unterstützen denn die Frösche? Genau, unser Gewinn geht an das Projekt Miteinander spielen statt Diskriminieren. Das Ganze ist ein Projekt der Bildungswerkstatt Kunsthaus Wäldchen, was sich speziell an junge Kinder richtet, an Kinder im Kita-Alter, im Grundschulalter. Hier soll durch Miteinander spielen, singen, ein Bewusstsein für ein gemeinsames, an gemeinsames Spielen geschaffen werden und eben fremdenfeindlichen oder extremen Einflüssen entgegengewirkt werden. Tolles Projekt bei den Fröschen. Aber auch die Tigerenten unterstützen ein tolles Projekt. Herr Greiner, welches ist es denn? Ja, wir möchten gerne unser Geld, einen Hund als Motivationscoach zukommen lassen. Hierbei werden Jugendliche in Homburg unterstützt beim Abnehmen durch Bewegung und Sport. Aber sie haben eine besondere Hilfe zur Seite, nämlich einen Therapiehund. Und um dieses Projekt auch noch weitere drei Jahre stattfinden lassen zu können, möchten wir gerne Sie unterstützen mit dem Gewinn. Ganz toll, wir drücken die Daumen. 400 und 600 Euro sind auf jeden Fall gut aufgehoben. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Frosch-Hüpfen. Alessia spielt für die Frösche und Marlena für die Tigerenten ihr 2. Kommt mal nach vorne auf unser Frosch-Hüpf-Feld. Und Marlena, ich weiß, du hast einen richtig, richtig coolen Berufswunsch. Welcher ist das denn? Ich will Moderatorin werden. Ja, wie kommt das? Ich rede einfach allgemein sehr gerne und es interessiert mich eigentlich schon lange. Was würdest du gerne mal moderieren? Eigentlich alles, aber vielleicht ja auch mal den Tigerenten-Club. Ja, vielleicht. Okay, Leute, ich muss bald los wahrscheinlich. Ich werde es mal übernehmen. Hast du Bock, eine kleine Moderation zu machen? Ja. Ja, denn wir haben ja eine richtig coole App, und zwar die Kika-Quiz-App. Und Marlena, ich würde mich sehr freuen, wenn du die Kika-Quiz-App mal vorstellst. Mit der Kika-Quiz-App könnt auch ihr zu Hause mitspielen. Die ganze Sendung über könnt ihr tippen, welches Team wohl die nächste Notbremse holt. Viel Spaß mit der Kika-Quiz-App. Mega cool, Leute. Also ladet sie euch runter und spielt mit. Alessia, dein Berufswunsch geht ja in eine ganz andere Richtung. Ja. Also ich möchte gerne Wissenschaftlerin werden. Also so Naturwissenschaftlerin, Wissenschaftlerin. Und das Ganze möchte ich gerne werden, da ich viel experimentiere und sehr viel auch erfahren möchte über zum Beispiel Lebewesen oder Pflanzen. Sehr cool, ihr zwei. Jetzt spielen wir aber Froschhüpfen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr seht jetzt gleich eine Hüpfreienfolge. Zehn Felder sind es an der Zahl, die ihr euch bitte einprägen müsst. Best und bestmöglich nachhüpfen. Stellt euch jetzt bitte in die Mitte. Und Froschhüpfen beginnt in drei, zwei, eins, go. Das war Froschhüpfen. desert Raum. Was für dein Gefühl? Ich glaube so circa Vierfelder, Fünffelder. Ich bin ziemlich nervös, deswegen weiß ich nicht ganz genau. Da hilft nur eins. Wir müssen nachgucken. Alessia, hier dein Ergebnis. 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Richtige bei Alessia. Marlena, was sagt dein Bauchgefühl? Ich sage 3 bis 4, ja. Wir schauen dein Ergebnis an, liebe Marlena. Und ihr zählt laut mit. 1, 2, 3, 4, 5. Auch 5. Fünf bei den Tigern. Das bedeutet unentschieden. Und beide Teams bekommen jeweils eine Notbremse. Fünf Richtige Felder für Alessia und Marlena. Das heißt, jedes Team eine Notbremse. Es steht jetzt 2 zu 1 für die Frösche. Und bei uns im Clubraum geht es heute um das Thema Artenschutz. Immer Anfang März ist der Tag des Artenschutzes. Und deswegen ist bei uns heute eine echte Abenteurerin zu Gast. Sie ist Tierärztin und kümmert sich auf Tiere, die in der ganzen Welt vertreten sind. Wir freuen uns auf sie, nämlich auf Hanna. Die Vielfalt an Tieren auf unserem Planeten geht uns alle an. Da jedes Lebewesen seinen Sinn und Zweck in den Lebenskreisläufen hat, ist es wichtig, dass all diese Lebewesen auch weiterhin auf der Erde leben können. Und genau dafür setzt sich Hanna ein in Namibia. Das Land hat nicht nur seltene Tierarten zu bieten, sondern leider kämpft es auch mit Problemen wie Klimawandel und Wilderei. Durch ihre Arbeit bei verschiedenen Projekten in der Wildnis trifft Hanna Menschen, die sich für Artenvielfalt einsetzen. Was jeder von uns zum Artenschutz beitragen kann, das verrät uns Hanna jetzt im Tigerenten-Klo. Schön, dass sie da ist. Hallo Hanna. Hallo. Anfang März ist der Tag des Artenschutzes. Aber erstmal für uns alle hier im Studio und für alle zu Hause. Artenschutz, was ist das eigentlich? Artenschutz ist super wichtig. Es ist quasi unsere Lebensgrundlage. Weil die Artenvielfalt betrifft nicht nur Tierarten, wie wir jetzt vielleicht denken, sondern auch natürlich alle Pflanzenarten und auch Lebensräume. Und warum ist das so wichtig, dass die alle erhalten werden und vor allem die Vielfalt erhalten wird? Zum Beispiel Insekten, kennen wir alle, sind extrem wichtig für uns Menschen, weil die ja bestäuben. Und ohne Insekten hätten wir nichts zu essen mehr. Das Gleiche haben wir mit Regenwürmern oder Kleinstlebewesen im Boden. Die sind super wichtig, weil die nur den Boden fruchtbar machen und wir Essen anbauen können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass diese Vielfalt an Arten von Aras bis Raubkatzen, Geparden so wichtig sind, weil wir sonst alle auf diesem Planeten gar nicht mehr überleben können. Du bist ja wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Du hast deinen ganzen Stuff mitgebracht, den du immer dabei hast, bist auch oft im Dschungel. Was begeistert dich so am Dschungel oder am Urwald? Boah, Dschungel ist Wahnsinn. Es ist erstens immer was los. Es ist eine Wahnsinns-Geräusch-Kulisse. Man hört unterschiedlichste Tiere in den Bäumen, Affen rufen, Vögel. Ah, man hört's hier sogar. Wann ist die Aufnahme entstanden? Das war gegen Abend, weil man die Zirkaden, dieses Zirpen, was man da hört, ganz, ganz laut hört. Und man hört auch Frösche im Hintergrund. Aber im Dschungel ist es nie ruhig. Das ist total toll. Und es lebt einfach alles. Also man hat immer irgendwelche Tiere, die man entdeckt. Es gibt natürlich auch Blutegel und anderes, aber eben auch so wunderschöne Tiere wie Affen, Orang-Utans und so. Und diese Orang-Utans, die haben ja aktuell ein großes Problem. Was beschäftigt die denn so? Ja, denen geht der Lebensraum verloren. Die brauchen den Wald, um zu überleben. Da finden sie ihr Fressen, da bewegen sie sich. Und der wird leider auf der Insel Borneo, wo ich sehr oft gearbeitet habe, das liegt in Südostasien, in Malaysia und Indonesien, dort wird der Regenwald abgeholzt. Und warum? Warum? Das ist das Stichwort Palmöl. Das ist euch vielleicht auch allen ein Begriff. Palmöl wird auf einer Frucht von einer Ölpalme gepresst. Hier sehen wir auch die Frucht schön in dem Bild. Und Palmöl steckt quasi in allen Produkten drin. Also das ist gar nicht das Problem, dass die Leute vor Ort so viel Palmöl konsumieren, sondern eher wir hier sind das Problem, weil wir extrem viel von diesem Öl brauchen. Und wird dieser Regenwald abgeholzt, können halt alle Tiere auch neben dem Orang-Utan nicht überleben. Und wir wollen das euch mal zeigen, in welchen Produkten überall Palmöl steckt. Man isst nämlich in mehr Produkten, als man eigentlich denkt. Und zwar nicht nur Schokoladenaufstich, sondern auch irgendwie Soßen oder Margarine. Das ist ja schon krass. Total. Man geht in den Supermarkt. Und wenn man alle Produkte mit Palmöl mal entfernen würde, wäre quasi der Supermarkt leer. Es ist wirklich krass. Und nicht nur Lebensmittel, sondern auch in Kosmetika oder in Waschmitteln. Sogar im Biosprit, mit dem eure Eltern die Autos tanken, steckt super viel Palmöl. Und ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir uns überlegen, wenn wir einkaufen gehen oder ihr mal mit euren Eltern einkaufen geht, dass quasi der Einkaufszettel eine Art Stimmzettel ist für oder gegen Tiere weltweit, dass die überleben können. Das heißt, wenn ihr Produkte einkauft und mal hinten drauf guckt, steckt da eigentlich Palmöl drin oder nicht, dann entscheidet ihr euch auch dafür, ganzen Tieren woanders auf der Welt zu helfen. Das heißt, die Bäume dürfen natürlich nicht abgeholzt werden, damit der Orang-Utan sein Zuhause behält. Aber nicht nur er ist gefährdet, sondern auch der Nebelpader. Vielleicht können wir den nochmal einblenden im Hintergrund. Total das schöne Tier. Was verbindet dich mit ihm? Absolutes Lieblingstier. Der Sundar-Nebelpader kommt nur auf Borneo, auf dieser Insel in Südostasien vor. Und mit dem durfte ich, als ich noch im Studium war, Tiermedizin studiert habe, das erste Mal in freier Wildbahn arbeiten. Und diese wunderschöne Raubkatze, wie ich finde, ist extrem vom Ausstern bedroht. Es gibt nicht mehr viele von denen in der Wildnis. Und du hast eine eigene Initiative. Genau. Und ich habe, weil ich das alles hautnah erlebt habe, dass dort Lebensraum und Regenwald abgeholzt wird, habe ich einen eigenen Verein in Deutschland gegründet, den Nepada Wildlife e.V. Nepada kommt nämlich vom Nebelpader. Also quasi ist diese Raufkatze Namensgeber dafür. Und mit dem Verein setzen wir uns für Artenschutz weltweit ein. Einmal im Dschungel von Borneo oder in Südamerika, aber eben auch in Deutschland. Wir gehen nämlich an Schulen genau zu euch und erklären, was Artenschutz eigentlich bedeutet und vor allem, was wir alle selbst tun können, um Tiere zu retten. Hanna, vielen, vielen Dank. Du bleibst ja bei uns, denn wir schauen uns gleich noch Artenschutzprojekte an in Namibia. Die hat nämlich Hanna besucht. Vorher geht es weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Wir spielen Scheinwerfer. Dafür bitte ich euch vier nach vorne und positioniert euch gerne auf den farblich markierten Punkten. Ihr seht jetzt gleich einen Lichtkegel hier über den Teppich flitzen, der sich irgendwann orange einfärbt. Das ist euer Zeichen, mit dem Säckchen in den Lichtkegel zu treffen. Das Ganze passiert sieben Mal. Am Ende kommen alle Lichtkegel wieder und wir sehen, wie viele Säckchen richtig gelandet sind. Dann beginnt Scheinwerfer in drei, zwei, eins. Go! Der Lichtkegel verschwindet wieder und ein neuer kommt. Hier ist Zielgenauigkeit gefragt, aber auch ein gutes Auge. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Wurftechnik an. Und natürlich das Timing. Das sah gut aus bei allen. Und der letzte Lichtkegel ist unterwegs. Alle Säckchen sind gespielt und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie viele richtig in den Lichtkegeln liegen. Deswegen bitte Lichtkegel erscheint. Ich zähle aus und beginne mit den Fröschen. Dann haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da leider keiner. Und hier noch ein neunter und hier noch ein neunter. Neun also bei den Fröschen. Bei den Tigerenten sieht es folgendermaßen aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Reicht schon. Elf Säcke bei den Tigerenten. Spannendes Spiel, aber die Tigerenten entscheiden Scheinwerfer für sich und holen sich die zweite Notbremse. Ey Jungs, hattet ihr irgendeine Strategie? Ich zum Beispiel, ich hab geschaut, wie zum Beispiel ganz hinten in der Ecke. Ich hab halt mit Gefühl geworfen. Das gute und positive Gefühl war auf Seiten der Tigerenten. Sie entscheiden Scheinwerfer für sich und holen sich die zweite Notbremse. Und jetzt wird es wieder rhythmisch beim Clubstar. Boah, so viel Spannung und Konzentration gerade. Jetzt wird es aber wieder wild und zwar beim Lipsync. Max, erklär doch mal, was erwartet uns da? Ich freue mich jetzt sehr auf Lipsync, weil beim Lipsync, da kommt es immer drauf an, wer kann mehr Star-Appeal zeigen? Wer schafft es besser, seine Lieblingsstars auf der Bühne zu verkörpern? Zwei richtig coole Songs haben wir heute am Start. Ich schaue wieder ganz genau hin, wer hat die cooleren Bewegungen dazu? Wer hat sich einen coolen Tanz überlegt? Und vor allen Dingen, wo sitzt der Text besonders gut? Also wo sieht es wirklich so aus, als würde er gerade gesungen werden? Zwei richtig coole Songs, ich freue mich drauf. Ja, Laura von den Fröschen hat mit ihren Freundinnen Melissa und Mia den Song an guten Tagen von Johannes Oerding vorbereitet. Was willst du da auf jeden Fall sehen? Der Song, der hat so eine ganz gesunde Portion Optimismus, würde ich sagen. Weil es geht schon darum, feier die Tage, die so richtig cool sind, aber stelle ich nicht darauf ein, dass es immer so ist. Von daher genieße diesen einen Moment und da muss man richtig viel Energie haben auf der Bühne, ganz viel Körperspannung zeigen und richtig viel Power haben. Ich hoffe, dass Laura jetzt ihren Auftritt genießt und wir sie danach feiern können. Die drei Mädels stehen bereits Backstage bereit und performen jetzt an guten Tagen von Johannes Oerding. Laura sei unser Clubstar. An guten Tagen leuchtet alles so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar, mag selbst den Typ im Spiegel da. An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau und meine Zweifel machen blau. Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht und vielleicht läufst du nur über den Weg. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn doch nie zu. An guten Tagen ist unser Lachen nicht und alle Fragen weg, auch wenns nur jetzt. Auch wenns nur jetzt. Auch wenns nur jetzt und nicht für immer ist. Applaus für Laura, Felix, Laura und Mia von den fröschen Mädels. Günther ist auch begeistert, ich auch definitiv. Laura, ist es denn heute ein guter Tag für dich? Ja. Ihr habt eine richtig coole Choreografie ausgedacht, wer hat die sich von euch ausgedacht? Eigentlich alles zusammen, also jeder hat mir was beigetragen. Unsere Lehrerin, die Frau Kaiser, hat auch uns geholfen. Also jeder hat irgendwie was reingebaut. Also absolutes Teamwork bei den Fröschen, toller Auftritt, vielen Dank. Dann schauen wir doch mal, was die halt drüber gerne klatschen. Ja, sicher. Super. Wir gucken, obs auch ein guter Tag für Marlena wird, denn sie hat sich einen ganz anderen Song ausgesucht und zwar von Ed Sheeran Shivers, Max. What is Shivers? Das ist einer der neueren Songs von Ed Sheeran und ist gar nicht schlimm, wenn wir den Song vielleicht noch nicht so gut kennen, weil Ed Sheeran hat sich da inspirieren lassen und zwar bei seiner eigenen Musik, bei Shape of You. Das kennt ihr bestimmt alle. Pass mal auf, dass der hier. Kennen wir alle, oder? Ja, kenn ich. Und das Coole ist, genau dieser Rhythmus, der kommt jetzt auch in Shivers vor. Von daher, man kann sich richtig gut dazu bewegen, wir können alle mitklatschen und ich glaube, bei dem Song bietet es sich super an, die ganze Bühne einzunehmen, ganz viel zu bewegen, weil man kann da richtig gut aus sich rausgehen. Raalitza und Daya werden Marlena unterstützen und ich glaube auch, dass die drei Girls sich eine super coole Performance ausgedacht haben und hoffentlich gut mitsingen werden. Die drei stehen bereit, performen Shivers von Ed Sheeran. Marlena, sei unser Clubstar. Applaus Bedenstruum *** An zоеに Mogoll�riere *** Kur until Kur till Kur. Kur. 걸 Oh Baby, you wanna dance till the sunlight cracks And when they say the party's over, then we'll bring it right back And we'll say, ooh, I love it when you do it like that And when you close up, give me the shivers Oh Baby, you wanna dance till the sunlight cracks And when they say the party's over, then we'll bring it right back Applaus für Marlena! Ey, super, ich glaub, Marlena kann nicht nur moderieren, sie kann auch richtig gut tanzen Ey, das machst du noch nicht zum ersten Mal, oder? Nein, ich tanze privat auch Was tanzt du da am liebsten, auch so Hip-Hop-mäßig? Ja, Hip-Hop Wie war es jetzt für dich, auf der Bühne zu stehen? Vielleicht wird es ja keine Moderation, sondern als Tänzerin Es war auf jeden Fall sehr aufregend und hat auf jeden Fall Spaß gemacht Das hat man euch auch angesehen, also ganz, ganz toller Auftritt von den Tigerenten, aber auch von den Fröschen Leute, kommt da wieder dazu Denn DJ Max schaut natürlich immer ganz genau hin und bewertet die Performances Und da wollen wir mal schauen, was er dazu sagt Ich fang mal bei Laura an, bei den Fröschen Richtig coole Nummer Ihr habt total kreative Moves gehabt in der Performance, finde ich Weil der Song, der ist gar nicht so einfach zu tanzen Ich meine, Johannes Oerding macht das in dem Musikvideo übrigens genau mit deinem Outfit auch In dem Song Das sind schon ganz interessante Bewegungen, aber ist nicht so der typische Tanzsong Und ich finde gerade dafür super cool gemacht, eine richtig gute kreative Choreo gehabt Fand ich gut, aber auch die Tigerenten Richtig stark, Marlena, auch ordentlich was überlegt und was man bei dir echt sieht und bei euch echt sieht Ihr tanzt auch privat richtig viel Und was ich richtig gut fand, das waren diese Einstelle, da hattet ihr so leichte Shuffle-Moves oder sowas auf der Bühne Gerade am Ende, da war noch richtig ordentlich Power mit da drin Kannst du die auch? Ich kann die natürlich auch, aber nur mit Günther zusammen und auch nur wenn die Kamera aus ist Aber Tigerenten, ich muss euch sagen Es war fabelhaft, Notbremse für die Tigerenten Notbremse für die Tigerenten Damit steht es 3 zu 2 für die Tigerenten Ganz toll gemacht Zwei starke Auftritte und jetzt führen die Tigerenten mit 3 zu 2 Und damit sind wir zurück im Clubraum Anfang März ist immer der Tag des Artenschutzes Und deswegen ist heute Hanna zu Gast Sie ist Tierärztin und Artenschützerin Und du besuchst Tierschutzprojekte auf der ganzen Welt Unter anderem in Namibia Namibia, wahnsinnig schönes Land Aber leitet auch unter Wilderei, Klimawandel und Altensterben Zum Beispiel die Wüstenelefanten Da gab es irgendwie früher, habe ich mir aufgeschrieben 10 Millionen, heute gibt es nur 400.000 davon Warum ist das so? Ja, das ist krass Wir hören immer, Klimawandel bedroht uns Menschen Aber das bedroht genauso die Tiere Also diese Wüstenelefanten, die sich wirklich auf Wüste spezialisiert haben Finden nicht mehr genug Wasser Das ist ein riesiges Problem Weil quasi vor Ort in Namibia Die Menschen und die Elefanten Beide um diese Ressource Wasser kämpfen Und das führt natürlich zu Konflikten Zwischen Mensch und Wildtier Zwischen Elefanten Und das kann ganz schön gefährlich werden Das sieht man hier auch, wie die Menschen versuchen dagegen anzukämpfen Und das Problem ist, wenn dann eben Zum Beispiel Elefanten abgeschossen werden Weil die gefährlich werden Warum ist es denn für uns wichtig? Also hier in Deutschland Dass es den Wüstenelefant in Namibia überhaupt gibt Ja, diese Elefanten sind wichtig für das ganze Ökosystem Die treten zum Beispiel Buschwerk zurück Dass andere Tiere dort überleben können Die bereiten Samen auf Weil sie die verdauen und wieder ausscheiden Ganz woanders, wenn sie 10 Kilometer 100 Kilometer irgendwo hingelaufen sind Und damit quasi die Pflanzen überall verbreiten Das heißt, eine Schlüsselart wie der Elefant Sind wichtig für ganz, ganz viele andere Arten Die dann auch später für unser Klima wichtig sind Die Pflanzen zum Beispiel Für unsere Ernährung Für unser Wasser Aber nicht nur der Wüstenelefant hat Probleme Auch das Spitzmaul-Nashorn Das hat aber Probleme mit der Wilderei Ganz genau Warum machen Menschen das? Ja, das ist, finde ich, ganz schwer verständlich Warum Menschen diese wunderschönen Tiere abknallen Die wollen das Horn haben Nashörner haben ja diese ein, zwei Hörner da vorne auf dem Kopf Und die sollen in Asien als Medizin funktionieren Völliger Schwachsinn Weil das ist einfach nur Keratin wie unsere Fingernägel Also die können sich auch einfach die Fingernägel ausreißen Und daraus Medizin machen Aber nein, diese wunderschönen, seltenen Tiere Werden dafür getötet Auf brutale Weise Die sterben dabei meistens Und deswegen gibt es nur noch ganz, ganz wenige Von diesen wunderschönen Tieren Wir wollen aber auch ein, zwei schöne Geschichten heute erzählen Von deinen Reisen Du bist Tierärztin Und natürlich sind diese Fähigkeiten auch gefragt Auch in Namibia Und da hast du einem Tier gerettet, geholfen War das ein Gepard oder? Ja, das war tatsächlich ein Gepard Super coole Tiere Die schnellsten Landsäugetiere der Welt Ich finde, die haben diesen tollen Körper Sieht mega athletisch aus, wie cool Ich finde auch Und die sind auch bedroht Leider, von denen gibt es nicht mehr so viele Und neben den anderen Gründen, die wir eben schon genannt haben Ist auch der Wildtierhandel ein Problem Also diese Tiere werden aus der Wildnis entnommen Um sie als Haustiere zu halten, zu verkaufen Was natürlich auf keinen Fall geht Das ist ein Raubtier Und was habt ihr da gemacht? Genau, hier hatten wir ein verletztes Tier Was wir untersucht haben Hier röntgen wir das gerade Um zu schauen, ob das gesund ist Ob das wieder ausgewildert werden kann Und das hatte so eine komische Masse im Bauch Das sieht man da Und dann mussten wir erstmal rausfinden Bevor wir sie wieder in die Wildnis entlassen Und genau, manchmal gab es auch Babys Die wir aufgepäppelt haben Um sie wieder auszuwildern Was ich mich frage Wir sehen ja die Tiere jetzt hier nur im Bildschirm Und wir können das gar nicht erahnen Wie sich das anfühlt Aber du stehst ja vor ihnen Ob das jetzt das Nashorn ist Oder ein Wüstenelefant Wie fühlt sich das an So einem Tier wirklich in echt zu begegnen? Boah, das ist magisch Das kann man ganz schlecht, finde ich In Worten wiedergeben Weil das einfach so ein majestätisches Tier ist Was da einem voreinstimmt Man fühlt sich plötzlich ganz klein Und diese gewaltige Natur Mit diesen Tieren und so Nimmt einfach überhand Und da merkt man einfach Dass wir Menschen wirklich Eine sehr, sehr kleine Rolle Auf diesem Planeten spielen Das stimmt Hanna, schön, dass du heute hier bist Gleich wird Hanna all eure Fragen beantworten Vorher sind die Teams gefragt Die müssen Köpfchen beweisen Wir kommen zum Wiss-Quiz Willkommen zurück Zurück zum Wiss-Quiz Ich stelle euch knifflige Fragen Aus verschiedenen Kategorien Und ihr habt einen Joker Falls ihr mal was nicht wissen solltet Wovon ich natürlich nicht ausgehe Und zwar den sogenannten Klassen-Joker Das heißt, eure Klasse darf die Köpfe zusammenstecken Und die Antwort nennen Die dann aber auch eingeloggt wird Wir schauen auf die Kategorien Die heute zur Auswahl stehen Natur, Erdkunde, Film Zweibeiner, Experiment und Vierbeiner Das sind also die Kategorien Die Frösche dürfen starten Zufallsgenerator, leg los Film Wir machen einen Ausflug ins Mittelalter Zu Arthur und den Freunden der Tafelrunde Oh, ein Pferd da vorne Jungen, die Ritter werden sollten Wurden mit 14 Jahren In verschiedenen Kampftechniken unterrichtet Die Begabten machten schnell Fortschritte Ah, Lektion 3, allein in der Schlacht Ah, was soll dieser jämmerliche Mäusehangriff Und das ist die Frage Wie wurden Jungen während ihrer Ausbildung zum Ritter genannt? Also eine Mittelalterfrage für die Frösche Wie wurden Jungen während ihrer Ausbildung zum Ritter genannt? A Schildknappen B Lanzen, Pagen Oder C Helmzieher Also Helmtiere kann es glaube ich nicht sein Oder eins Ich glaube eins A Wir nehmen A Dann locken wir A ein Schildknappen Und die Helmzieher Ist die Verzierung des Helms Den Lanzenpagen Den haben wir frei erfunden Das bedeutet Der Knappe oder damals Knabe trug seinem Ritter Auf die Waffen oder das Schild hinterher Und wurde deshalb Schildknappe genannt Richtige Antwort also Bei dem Fröschen und ersten Punkt Die Tigerenten können jetzt nachziehen Mit der nächsten Frage Und sie kommt aus dem Bereich Natur Trinken, Baden und Gießen Wasser ist das Thema des nächsten Films Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel Es sorgt dafür, dass unser Blut gut fließt Und alle Teile des Körpers mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen kann Ohne Wasser würden wir nach wenigen Tagen verdursten Wasser ist in einem ständigen Kreislauf unterwegs Es verdunstet über den Meeren und großen Wäldern Bildet Wolken Kommt als Regen auf die Erde Und fließt über Flüsse wieder ins Meer Und da ist die Frage Welchen Anteil der Erdoberfläche bedecken die Meere? Wasser ist wirklich sehr, sehr wichtig Aber die Frage ist Welchen Anteil der Erdoberfläche bedecken die Meere? Sind es A 90% B 70% Oder C 40% B B Und das kommt schnell Wollen wir B einloggen? Ja Loggen wir B ein Kurz und knackig Das ist richtig Frösche Weiter geht es bei euch Zufallsgenerator Let's go Experiment Ja Experiment Das ist gut Leute jetzt kommt ein Experiment Für das ein Spaten gebraucht wird Und äh ja Unterhosen Durchaus ernst gemeint ist dieses Experiment Man buddelt ein Loch Und gräbt eine nagelneue Baumwollunterhose ein Hunderte Schweizerinnen und Schweizer haben das gemacht Mit etwa 2000 Unterhosen Von immer demselben Modell Nach zwei Monaten wurden die Unterhosen wieder ausgegraben Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen Und das ist jetzt die große Frage Was soll das? Sehr kurios, aber da scheint ja schon alles seine Richtigkeit zu haben Aber was wird denn jetzt genau mit den Unterhosen getestet? Ist es A Der Tragekomfort B Die Bodenqualität Oder C Die Haltbarkeit Entweder B oder C Habt ihr schon mal eure Unterhosen vergraben im Garten? Nein Nein Also ich schwanke jetzt zwischen B und C Weil irgendwie gibt es auch Beides Sinn Das ist ein Klassenjoker Ja Sicher Oder Röchter Klassenjoker? Ja 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 Gut, Klassenjoker Bei den Fröschen die Frage gebe ich ab Bitteschön Gehen Sie mal auf Stimmenfang Was wird denn hier mit den Unterhosen angestellt und getestet? B B B B Ja B Ihr habt doch schon mal eure Unterhosen verkraben, oder? Habt ihr schon mal selbst getestet? Einmal B Ich glaube die Mehrheit ist hier für B Okay Ja Die Klasse entscheidet sich für B Das geht ja ratzifazifrösche Loggen B ein Die Bodenqualität Und es wird tatsächlich die Unterhose verkraben, um Folgendes zu testen Denn je stärker die Unterhose zerfressen ist Desto mehr Würmer und andere Lebewesen sind in diesem Boden am Werk Um ihn zu durchlüften und gesund zu halten Es ist also ein Test der Bodenqualität Richtig Klassenjoker sinnvoll eingesetzt So muss man es manchmal wirklich machen Also nicht bis zum Schluss aufheben Liebe Tigerenten, ihr seid wieder an der Reihe Die Jungs da in der ersten Reihe freuen sich Freut ihr euch genauso über Erdkunde? Naja Ja Wir gucken mal was kommt, oder? Denn es geht nach Norden und zwar auf die größte Insel der Welt Auf der Insel Grönland leben die Menschen das ganze Jahr über mit Eis und Schnee Der Eispanzer ist stellenweise Kilometer dick Der allergrößte Teil der Insel liegt nördlich des Polarkreises Doch auch hier kann man beobachten, wie das Eis taut Die Gletscher schmelzen Etwa sechsmal so groß wie Deutschland ist diese größte Insel der Welt Grönland hat ein eigenes Parlament Aber Staatsoberhaupt ist sie Königin eines europäischen Landes Es grenzt an Schleswig-Holstein Und das ist die Frage Zu welchem europäischen Königreich gehört Grönland? Sechsmal größer als Deutschland Aber zu welchem europäischen Königreich gehört denn Grönland? Ist es A Finnland B die Niederlande Oder C Dänemark Finnland Nein Dänemark ist direkt Norden An Schleswig-Holstein Aber hat Dänemark nicht Wisst ihr denn wo die Länder liegen? Ja Also Dänemark ist halt glaube ich direkt an der Grenze Und aber ich weiß halt nicht ob die einen Staatsoberhaupt haben Also König oder Königin Wir würden den Klassenjoker nehmen Die Tigerenten zücken den Klassenjoker Bitteschön Was sagt die sechs B aus Hesse? Vierenheim Finnland Ich sag auch A Auch A ist Finnland ja Ich sag Dänemark Ich fand die Argumentation der Gruppe da vorne ganz gut Jetzt müsst ihr euch entscheiden was wir daraus machen Vielleicht mal eine kleine Abstellung Klassensprecherin Daya Entscheide es für uns Ich glaub Dänemark Dann loggen wir das ein Gut Dann loggen wir C Dänemark ein Finnland ist ja auch im Norden Niederlande ja eher so Richtung Westen Aber Grönland Gehört zu Dänemark Zwei zu Zwei und nur noch zwei Kategorien sind übrig und zwar die Zweibeiner oder die Vierbeiner Es sind die Zweibeiner geworden und jetzt lernen wir einen Vogelfreund in China kennen Bei Herrn Li gibt es Frühstück für die Spottdrosseln Jede kriegt ein frisches Würmchen Dann macht Herr Li sich auf den Weg in den Park um dort andere Vogelfreunde zu treffen Sie hängen die Käfige nebeneinander auf Die Tiere tauschen Gesänge aus und lernen voneinander So machen es viele Singvögel Es gibt etwa 4000 verschiedene Singvogelarten Und da kommt die Frage Welches ist der größte Singvogel der übrigens auch bei uns vorkommt? Okay Ich bin zwar kein Vogel aber ich singe auch super gerne Aber welcher ist denn der größte Singvogel? Ist es? A die Amsel B der Beo oder C der Kolkrabe Also ich glaube B ist ausgedacht glaube ich Ihr Ich glaube ihr Ich denke A Amsel Ich weiß ja was eine Amsel ist Aber die ist ziemlich klein C Die singen Raben Ne Die singen nicht Ich glaube A oder A Ja dann sagen wir A Gut dann loggen wir A ein Amsel Beo und Kolkrabe Das sind alles drei Singvögel Oh Es geht ja nicht um die Schönheit des Gesangs Sondern der größte von ihnen Und der größte von ihnen Ist nicht die Amsel Es ist der Kolkrabe Chance Also jetzt für die Tigerenten Die Notbremse zu schnappen Ihr müsst gar nicht mehr buzzern Denn nur noch Vierbeiner sind übrig Und in Australien da gibt es nicht nur Kängurus Nein da geht es heute um ein anderes Beuteltier Knuffig sieht er aus Der rundliche Wombat Ein australisches Beuteltier Die größte Art kann mehr als einen Meter lang Und bis zu 40 Kilo schwer werden Tagsüber ist meistens nur das von den Tieren zu sehen Sie markieren ihre Reviere mit Kot Er ist würfelförmig Vielleicht damit er nicht wegrollen kann Abends kommen Wombats zum Grasen aus den Höhlen Die sie mit ihren scharfen Krallen in die Erde graben Hier ist eine Mutter mit ihrem Jungen im Beutel Und da ist die Frage Was ist das Besondere am Beutel der Wombats? Putzig die kleinen Wombats Aber die Frage ist Nicht mit süßen sind Sondern was ist das Besondere am Beutel der Wombatweibchen? Er ist a zweigeteilt für Zwillinge b auf dem Rücken oder c nach hinten geöffnet Das ist schon eine C Ich muss ja sagen A Weil die laufen ja Auch ihr habt keinen Joker mehr? Doch nicht hier Ja, aber da war ja vielleicht nicht offen Wir nehmen C Soll ich C einloggen? Wir loggen C ein Nach hinten geöffnet ist also Soll die Besonderheit von Wombatweibchen sein Beim Höhlengraben Da soll ja keine Erde in den Beutel gelangen Deshalb Ist der nach hinten geöffnet Und für die Tigern Damit gehen sie in Führung Mit 3 zu 2 Die Notbremse im Visquiz ist vergeben Und jetzt ist es Zeit Alle Fragen zu beantworten Zum Thema Artenschutz Mit Artenschützerin und Tierärztin Hanna Hanna, bist du bereit? Ich bin so bereit Die Fragen kommen aus der KiKA Quiz App Die erste Frage lautet Warst du schon mal in einer gefährlichen Situation? Ja, tatsächlich schon in vielen Eine ganz besonders gefährliche war auf Borneo in Asien Wo ich einem riesigen Leistenkrokodil begegnet bin Ich meine, die liegen da überall am Flussufer Das ist normal Aber ich bin mit meinen Gummistiefeln Bis zu den Knien im Schlamm stecken geblieben Oh mein Gott Und kam nicht weg Und da waren diese riesigen Krokodile Wie groß sind die? Die werden bis zu 8 Meter Oh mein Gott Die sind die größten Krokodile der Welt Okay, cool Danke für diese schöne Geschichte Habt ihr auch eine Frage? Ja Komm, ich komme Wie heißt du denn? Ich heiße Edda Edda, hau die Frage raus Welche Tiere sind am meisten vom Aussterben bedroht? Puh, da gibt es leider sehr sehr viele Insgesamt sind eine Million Arten vom Aussterben bedroht Tier- und Pflanzenarten Aber sehr sehr bedroht sind zum Beispiel die Nebelpader, die wir eben gesehen haben Es sind Haie extrem bedroht Der Panda, den kennt jeder, der ist ganz ganz doll bedroht Das heißt leider gibt es sehr sehr viele Säugetiere, aber auch Vögel und Reptilien, die bedroht sind Damit hast du auch fast eine Frage aus dem Chat beantwortet Wie viele Nebelpader es noch gibt Und es wird auch gefragt, musstest du schon mal einen Waschbären retten? Einen Waschbären retten? Tatsächlich noch nicht Also Waschbären sind ja auch tatsächlich gar nicht bedroht Die finden wir ja sogar hier in Deutschland irgendwie an Städten, wie die im Müll graben Also nein, Waschbären habe ich noch nicht gerettet, auch wenn die sehr süß sind Und Nebelpader gibt es auch nicht mehr viel Auf der Insel Borneo, wo ich gearbeitet hatte, in der Region gibt es sogar nur noch 800 Stück Das ist sehr sehr wenig Und hier eine berechtigte Frage aus dem Chat Was kann ich in Europa für die Tiere in Afrika tun? Also ein bisschen, was können wir alle für den Artenschutz tun? Super wichtige Frage, sehr cool Weil wir sind eigentlich alle Artenschützerinnen und Artenschützer hier vor Ort Ihr müsst keine Biologin oder ein Tierarzt sein, sondern wir alle können damit anpacken Und das fängt an im Supermarkt, haben wir eben schon drüber gesprochen, was kaufe ich ein? Auch Fleischkonsum ist so eine Sache, vielleicht reicht es einmal die Woche Fleisch zu essen Weil das Auswirkungen auf Tiere zum Beispiel in Brasilien hat, in Südamerika Weil dort Soja angebaut wird, mit dem unsere Tiere hier gefüttert werden, aber eben auch auf Afrika Dann ist es natürlich, welche Bilder liken wir auf Instagram oder in Social Media und so Weil wenn da Wildtiere in der Obhut von Menschen gezeigt werden, ist das immer nicht natürlich Wildtiere gehören in den natürlichen Lebensraum Elefanten nach Afrika oder Faultiere in den Dschungel von Costa Rica Dann glaube ich, hier gibt es auch noch ein paar Fragen, oder? Jungs, habt ihr eine Frage? Ja, und zwar gab es die Affen oder auch die Gorillas vor uns Menschen? Sehr gute Fragen Und zwar sind nämlich Orang-Utans und Gorillas beides ja Menschenaffen Es gibt nur noch Schimpansen und Bonobos, das sind alles die Menschenaffen Und die sind ganz, ganz eng mit uns verwandt Wir stammen quasi von denen ab Also eigentlich hast du recht, wir haben die gleichen Vorfahren Untersuchst du alle Tiere? Jein, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Schiss vor Spinnen Sie hat übrigens auch ein Kuscheltier mitgebracht, zeig mal Warum hast du denn das Kuscheltier dabei? Um meine Spinnenangst ein bisschen in den Griff zu kriegen Nein, also ich meine, alle Tiere sind total wichtig Und man muss auch sagen, Spinnen sind selten Patienten in der Tierarztpraxis Das heißt, ja, eigentlich müssen wir alle Tiere untersuchen können als Tierärztin Okay, müsst ihr durch, deswegen seid ihr hervorragend ausgebildet Das hat Spaß gemacht, vielen, vielen Dank für die Antworten Danke für eure Fragen, danke für eure Fragen zu Hause Jetzt geht's aber um die letzten Notbremsen Weiter geht's mit dem Duell Tigerenten gegen Frösche Nein, das ist nicht der Pokal, das ist das Pendeln, mit dem diese Eimerpyramiden hier umgependelt werden müssen Alle Eimer müssen vernichtet werden Vorher geht es durch den Quälgang, Max übernimmt das Kommando Und ich kann dir sagen, Marlena und Laura, die sind sowas von bereit, die wollen jeden Moment starten Und deswegen lassen wir sie nicht weiter warten Es geht los in drei, zwei, eins und go Oh, ist das ein schöner Start bei beiden Teams Marlena und Laura nehmen sich da gar nichts Marlena bleibt fast ein bisschen hängen Was haben die, ein Tempo drauf, unfassbar Jetzt geht's ab auf den Stuhl hin zu den Reifen Und das ist echt ein ganz, ganz spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen Marlena hat jetzt wieder ein paar Meter aufgeholt Am Anfang lag sie ein bisschen zurück Laura bleibt fast schon an der Tür hängen Oh, was ein Kopf-an-Kopf-Rennen Das ist gerade wie ein Kohnlaufen Marlena, Laura, schnappt euch den Pendel Zurück zu Lidia und den Spuggles Jawoll Und der nächste Mega gut Noch drei Bälle Jeweils Noch mal schnappen Auf geht's, Laura und Marlena Jawoll Noch einer bei Marlena Jawoll Jawoll Marlena rollt noch den letzten einmal runter Und gewinnt die Notbremse für die Tigerhänden Super, Marlena Aber gut gemacht, Laura Ein Kopf-an-Kopf-Rennen Marcel zu meiner Linken Tritt an im Kletterduell gegen Charlotte ganz da oben Und folgenden Parcours gilt es zu bewältigen Erst geht es über das Bretterhindernis Dann kommt der Tarzan und Jane Sprung Es folgt das Hangelhindernis Was wirklich wahnsinnig wackelig ist und Kräfte kostet Bevor es in das Kletternetz geht Und dort sind Hindernisse eingebaut, die umklettert werden müssen Und am Ende des Parcours wartet die entscheidende Glocke auf die beiden Die eine Zeitmarke setzt Charlotte wird die Zeit vorlegen Die läuft dann bei Marcel rückwärts Und er muss sie unterbieten Charlotte, es geht los für dich In drei, zwei, eins, go! Auf geht's, Charlotte! Ja, vorsichtig Ein Schritt nach dem anderen Damit kommt man durchaus auch ans Ziel Seil mitnehmen Der Chainsprung für Charlotte Charlotte Der hat gut geklappt Charlotte bringt auch viel Ruhe rein Aber ich weiß, sie hat ein ganz, ganz kleines bisschen Höhenangst Was natürlich hier nicht ganz so hilfreich ist Und eher zu Schwierigkeiten führen kann Aber davon darf man sich nicht Ja, einschränken lassen Sondern wirklich auf den Parcours konzentrieren Nicht nach unten puffen Sondern auf das nächste Hindernis Charlotte, das schaffst du! Das machst du gut! Eine Minute und zehn Sekunden Jetzt auf der Uhr von Charlotte Ja! Den hast du! Komm, noch ein Schritt Und dann ins rote Kletternetz Jawoll! Sie besteigt jetzt das Kletternetz Bei einer Minute und ähm Ja, 33 Sekunden Da muss jetzt erst hochgeklettert werden Da drüber Dann wieder ein bisschen nach unten Das kostet natürlich Kraft Das ist, wenn man nicht einfach Waagerecht von rechts nach links klettern kann Charlotte, die 6b steht hinter dir und feuert dich Bravo, Bruce an! Zwei Minuten sind geknackt Charlotte ist aber auf der Zielgeraden Auf geht's Charlotte! Die letzten Meter! Jetzt nur noch die Glocke betätigen Und eine Zeitmarke setzen Und die lautet Zwei Minuten und 34 Sekunden Für die Frösche Diese Zeit wird jetzt rückwärts laufen Für Marcel Marcel, wir drücken dir die Daumen Es geht los für dich In 3, 2, 1 Go Marcel! Marcel startet Ein bisschen schneller als Charlotte Sei mitnehmen Und ab in den Tatsansprung Der hervorragend funktioniert Die Zeit läuft rückwärts Er hat noch 2 Minuten und 10 Sekunden Zeit Diesen Parkour hier zu bewältigen Wenn er es schneller schafft Gewinnt er die Notbremse für die Tiger Da kommt Marcel gut durch Sehr gut! Auf geht's Marcel! Ja, das ist immer eine tricky Stelle Aber er schafft es Mit etwas zittrigen Knien Und geht jetzt ins Kletternetz Mit 1 Minute und 17 Sekunden Hat er noch Zeit Bis vor zur Glocke zu klettern Auch für ihn geht es erst hoch Um das Hindernis Dann wieder runter Das kostet Kraft und Zeit Aber er hat noch 55 Sekunden auf der Uhr Also theoretisch kann er ein Päuschen machen Weil er Lust hat Marcel, das sieht gut aus! Let's go! Komm! Noch 2, 3 Meter Jetzt musst du wieder Den Absprung runter schaffen Dafür sollten 1, 3 Sekunden reichen Marcel, ab an die Glocke Marcel absolviert den Klettergarten Den Kletterparcours schneller als Charlotte Und zwar um 23 Sekunden schneller Und holt somit die letzte Notbremse Für die Tigerenten vor dem Rodeo Herzlichen Glückwunsch! Gut! Das ist doch mal ein schön ordentlicher Vorsprung Für die Tigerenten Aber jetzt kommen wir zum großen Finale Was glaubst du, Hanna, wer gewinnt? Ich hoffe, die Tigerenten Die Tigerenten, was glaubst du? Ähm, ich glaub auch Alle sagen Tigerenten? Ich glaub auch die Tigerenten Da muss ich Frosche sagen, Leute Also jetzt abstimmen in der KiKA-Quiz-App Punkte setzen und Daumen drücken Schaut sie euch an Um diese Pokale geht es jetzt im großen Finale Und Matthias und Alessia haben es in der Hand Wer welchen abstauben wird Leute, Rodeo ist angesagt Max, wie lauten die Regeln? Die Regeln sind so einfach Bitte nur mit einer Hand festhalten an der Tigerente Wenn ihr eine zweite Hand dazu nehmt, dann ist der Ritt auf der wilden Tigerente vorbei Also aufpassen, ansonsten können wir starten Sechs Notbremsen bei den Tigerenten Zwei bei den Fröschen Aber das heißt noch gar nix Wer sich länger hält, gewinnt Das große Finale beginnt in Drei Zwei Eins Go Das sieht bei beiden Teams gut aus Super entspannt auch bei den Tigerenten Matthias Der ist ja voll cool und traurig Verkrampft noch gar nicht Oh Leute, das ist jetzt die Notbremse Eine Notbremse noch übrig bei den Fröschen Hand weg Matthias, Hand weg Nur mit einer festhalten Matthias, kannst du dich doch mal fangen Keine mehr bei den Matthias, Reinhard Alessia muss sich halten Und zwar jetzt so lange wie möglich Ah, das wird Halt, mit einer Ah, okay Die Frösche voll Die Tigerenten gewinnen Die Tigerenten gewinnen Das große Finale Matthias, kommt zu uns Leute, kommt ran, kommt ran Der Goldpokal geht an die Tigerenten Die Sechs B aus Hessen Vierenheim Herzlichen Glückwunsch Aber liebe Frösche Kommt her Alessia, Laura und Charlotte Gar nicht traurig sein Für euch gibt's den Silberpokal Darüber dürft ihr euch auch sehr freuen Und als kleine Trostpreis Herr Wald, Herr Wald, kommen sie mit Leute, kommt mit Es geht unter die Schleimdusche Gerne einen Schritt nach vorne, damit wir sie auch gut sehen können Die Frösche freut sich Wir zählen gemeinsam runter Schleimdusche ab Für Herr Wald In drei Zwei Eins Ja Das sind die entscheidenden Szenen Glückwunsch an die Tigerenten Und vielleicht habt ihr zu Hause Ja die meisten Punkte gesammelt Und lagt richtig Dann habt ihr jetzt auf eurem Smartphone Ein Gewinnercode Und dann habt ihr das Buch von Hanna gewonnen Abenteuer Artenschutz Und natürlich unsere kleine Glückstigerente Glückwunsch dazu Und wir wollen natürlich Hanna auch noch Danke an dich sagen Du bekommst von uns ebenfalls Die große Tigerente Schön, dass du hier warst Wie toll, Dankeschön Schön, dass du hier warst Viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten Mega cooler Job Super, super spannend Und danke euch zu Hause für's Dabeisein Bis nächste Woche Macht's gut, tschüss Tschüss Du bist du hier Tschüss 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 Tschüss